hallo und herzlich willkommen mein lieben freunde ja ich möchte euch ganz gerne noch mal an den livestream heute um 12 uhr auf twitch erinnern ich würde mich freuen wenn ihr alle zahlreich einschalten werdet es geht natürlich um transportier logischerweise und wir versuchen das mal mal gucken wie das internet läuft und ja über zwei reise erscheinen würde ich mir sehr freuen also link unten in der video beschreibung zu meinem twitch account und würde mich freuen wenn wir uns nachher wiedersehen bis denn viel spaß 12 uhr auf twitch ist denn